Und wieder sein Abend sind wir hier. Und was machen wir sein Abend? Wir gehen picknicken mit unserer Freundin. Nein, Quatsch. Wir probern natürlich. Wir gehen auf gar keinen Fall picknicken mit irgendjemandem. Und sei es auch die Freundin. Ja. Ja. Und wir machen genau dort weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Weiter 180. Ich weiß jetzt, wie wir jetzt wieder Bankroll haben, dass wir dann auch gleich wieder in die Achter einstellen können und die wieder verbraten können. Und da jetzt anwes, kann es sein, dass wir noch ein paar MTTs spielen. Aber ich muss dort genau gucken, was wir welche spielen, weil ich heute Abend dann auch noch ein bisschen live pokern gehe. Und da, ähm, ja. Kann ich jetzt noch nicht gehen, MTT nehmen, was halt bis in die Nacht geht. Idiot, Idiot. Naja. Da die Strategie gestern ziemlich gut bis zum Final führte, dort leider nur nicht bis zum Durchbruch, weil Pockets nicht hielten und andere gute Situationen für uns auch nicht gut für uns ausgingen. Was ist hier eigentlich los? Äh, egal. Werden wir die Strategie heute weiterverfolgen? Sprich, überhaupt nicht drum kümmern, was bei 10, 20 passiert. Und das auch knallhart. Also Ace Queen Wurst. Wenn wir Ace Queen spielen, dann geht es direkt rein, auch bei 10, 20, auch bei diesem Stack. Warum? Weil, ja, hier, das, wir sehen ja schon, wie die Leute wieder spielen. Bin gespannt. Aha, wir limpen also Queens UTG und, ja, 5, 8, das können wir noch nie ganz erklären. Aber genau deswegen halt. Rein, rein, rein. Und die Pfande funktioniert nicht mehr, das ist tragisch. Aber die lief ja auch schon seit gestern, auch als sie hat schon nie ausgeschaltet. Ja, verzeih ich, dass sie jetzt nicht weiter funktionieren konnte. So, ich hoffe mal, hier geht auch mal irgendwann ins Nächste und 80 auf. Ich will jetzt nie zwingend über einen Tisch die ganze Zeit reden. Ja, und zu Ende geht auf. Wie gerufen. Wie gesagt, King Queen, ja, es ist auch eine schöne Hand, denn die kann man auch durchaus mal spielen. Aber mich interessiert hier in den Stages überhaupt nichts. Mich interessiert nichts, was ich nicht reinsteigen kann. Schau, aber bei den Strukturen, die sind auch dadurch, dass sie, die haben wir als ein schnell hier die Blinds steigen, wenn man sitzt. Und es ist auch einfach mal nie möglich, hier wirklich groß Flops zu spielen. Man kann das mal später probieren, wenn es stimmt und so. Wenn man merkt, dass die Leute da noch langsam mal ein bisschen sich beruhigen mit in die Flops reingehen. Aber so suchen wir halt einfach, wo wir was zum Reinkommen. So, wir gucken, wo's hier los ist. Ja, wen hat's gefickt? Den, cool. So, ja. So, ja. So, ja. Das im Hintergrund ist mein Telefon und immer, wenn ich Poker ignoriere, ich das Telefon. Das Problem ist bloß, das hier wahrscheinlich, ja, das immer ins Telefon ist, geht auch schön immer nicht aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also ich soll jetzt mal... Das ist in letzter Zeit so gekommen. Ich sollte mal echt mal gucken, ob da oben was unten an der Kabelei ist. Aber ich war schon mal unten, also es ist nie leicht, da was rauszufinden. Aber immerhin hat er sich schnell wieder gefangen, das ist cool. Also, was ich hier zumindest... Ich weiß nicht, hier oben tatsächlich immer noch... Ja, das ist tatsächlich immer noch... Naja, gut, also... So ein kleiner Absturz ist besser als diese teilweise, stundenlange Absturz, die es noch nicht so hat. Ich sollte vielleicht doch mal einen Filter uns da nehmen. Ich meine, es wundert mich nur, das hat ja auch lange geklappt. Und jetzt auf einmal in den letzten Monaten nichts kaputt. Naja, gut. Ja, wir sehen gerade, das Netz scheint sich ein bisschen... ...doch nur eine ganze Hölzer haben. Punkt. Aber es geht okay. Hier drüben ist Connection hier. Schön... ja aber mich erinnert ruft mich an so schauen ob sich das bald mal wieder hat ich sehe schon ich unterbreche gleich die Sitzung und werde ins Konrad gehen verdammte Scheiße das ist schon wieder kaputt wahrscheinlich ach ja, ist das schön macht überhaupt keinen Sinn was hier passiert oder ich ziehe mal die Telefonanlage aus schlimmer als das kann es eigentlich gar nicht sein ja, also definitiv unterbreche ich das jetzt erst mal bis ich das mit dem Netzwerk irgendwie mal hingekriegt habe das geht so nie also bis gleich, wir kriegen das hier schon hin kick 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 Vielen Dank.